In diesem Video soll es mal rund ums Thema Virtual Assistant finden gehen. Ich möchte dir zeigen, welche Virtual Assistants ich derzeit habe, für was ich diese Virtual Assistants einsetze und vor allen Dingen, wie mir diese Virtual Assistants jeden Tag Geld machen. Aber mehr dazu gibt es nach dem Intro. Welche Virtual Assistants habe ich denn derzeit angestellt? Ich habe insgesamt acht Virtual Assistants, die für mich derzeit Aufgaben übernehmen und die mir durchgehend Geld machen. Ich habe zum einen, und das ist die erste Person hier oben, eine Person, die sich bei mir um Verkaufsgespräche kümmert. Mit dieser Person arbeite ich ziemlich genau zusammen. Seit zwei Wochen aktiv arbeitet diese Person für mich seit ziemlich genau einer Woche. Nochmal kurz als Information vorneweg. Natürlich sind dies nicht Leute, die ich fest angestellt habe, sondern dies sind Leute, die ich auf Freelancing-Basis bezahle. Das heißt, wenn praktisch diese Personen für mich einen Auftrag erledigt haben, dann bekommen sie halt ihr Geld bzw. werden halt für jede Stunde bezahlt. Bei einigen Designern beispielsweise, die ich anstelle, kriegen die halt eine bestimmte Summe Geld für zum Beispiel jedes Design. Bei beispielsweise der Person, die bei mir die Verkaufsgespräche macht, diese wird halt von mir stündlich bezahlt. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich natürlich diesen Virtual Assistants nicht besonders viel Geld zahle. Ich lege aber auch nicht die Preise fest. Ich halte mich an die Preise, die die Virtual Assistants mir praktisch vorschlagen. Und dann entscheide ich mich halt für diesen Virtual Assistant oder nicht. Und es gibt dann noch so ein paar andere Dinge, die ich mit euch besprechen möchte, nämlich wie findet man denn überhaupt erst einen guten Virtual Assistant. Aber gut, die erste Person, wie gesagt, macht für mich die Verkaufsgespräche. Ich habe da, wie gesagt, eine Person, die sich derzeit mit den Leuten unterhält, die eine kostenlose Akademie haben möchten. Diese Person spricht dann einfach mit meinen potenziellen Kunden darüber, wie sie praktisch diese Akademie aufbauen. Sie schickt praktisch an diese Kunden oder potenziellen Kunden ein Trainingsprogramm weiter, unterhält sich mit denen, gibt denen ein paar Tipps, wie sie praktisch ihre eigene Akademie monetarisieren können. Und diese Information hat natürlich meine Dame da, die halt für mich die Verkaufsgespräche macht, von mir bekommen. Das heißt, ich habe sie einmal einfach ausgebildet. Ich hatte mit ihr ein kurzes Gespräch. Wir hatten uns zwar alle erstmal für eine halbe Stunde online über Skype betroffen, wofür ich sie übrigens bezahlt habe. Nicht, du solltest von den Leuten nie etwas umsonst erwarten, weil nochmal, die sind, wie gesagt, die müssen auch um das Geld auf den Tisch bringen. Und wenn du jetzt sagst, du musst dich ja mit mir erstmal unterhalten und wir müssen dies und das tun, ich finde es immer gut, wenn ich den Leuten direkt sage, hier, guck mal, du bekommst für das Geld, was du für mich tust, du kannst dir sicher sein, dass ich dir immer durchgehend Geld zahlen werde, dass ich auch pünktlich zahle, dass du mir vertrauen kannst und das schon mal, denke ich mal, ist eine ganz gute Basis, um miteinander zu verhandeln. Aber wie gesagt, das erste, die erste Person ist die Person, die für mich Verkaufsgespräche macht und dann über diese Verkaufsgespräche verdiene ich praktisch Geld. Nämlich, wenn meine Person dort einmal diese Software verkauft, kriege ich dafür ziemlich genau 30 Dollar pro Monat, die jeden Monat ausbezahlt. Das sind also ungefähr, sagen wir mal, 360 Dollar pro Person pro Jahr, die ich dort verdiene. Und wenn praktisch mein Virtual Assistant hier 8 Dollar die Stunde bekommt, können sie mit denen auch, sag ich jetzt mal, 20, 30 Stunden sprechen, theoretisch, wenn, wie gesagt, sie ein Sale generiert. Also mir ist es relativ egal, wie viele Stunden sie braucht, um praktisch diese Software zu verkaufen, solange es jetzt nicht exorbitant viele Stunden sind. Dann die zweite Person ist ein Designer. Es handelt sich hierbei um eine Person, die für mich in meinem T-Shirt-Business die T-Shirt-Designs erstellt. Diese Person designt die Designs und sie lädt sie auch noch gleichzeitig auf einige von den kleineren Plattformen hoch. Das Uploaden von den Designs auf größere Plattformen, wie zum Beispiel jetzt manchmal Amazon oder Spreadshirt oder Redbubble, das mache ich alles noch selbst, weil dies halt große Einnehmerquellen von mir selbst sind, obwohl Redbubble diesen Monat jetzt extrem schlecht war. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr ein T-Shirt-Business habt, aber Redbubble ist bei mir ganz schnell eingebrochen. Und auf jeden Fall, genau, wie gesagt, diese Person erstellt für mich Designs, sie lädt sie auch gleichzeitig hoch auf kleinere Plattformen und dann auf die größeren Plattformen lade ich Designs hoch. Dann die dritte Person ist ein Icon-Designer. Diese Person erstellt für mich immer noch Icon-Designs. Ich sehe auch hier gerade, die Einnehmerquelle sollte nicht T-Shirt-Business heißen, das sollte einfach stehen, Einnehmerquelle Icon-Business. Das heißt, diese Person erstellt einfach für mich Icons. Diese Icons werden von mir hochgeladen auf Icon-Business-Plattformen oder Icon-Marktplätze, wie zum Beispiel The Noun Project, Icon-Scout oder Icon-Finder. Und ich bezahle derzeit 1,30 Dollar pro Icon, was halt doch relativ günstig ist, weil ich ungefähr davon ausgehe, dass ich pro Icon 7 Dollar pro Jahr mache. Dann die vierte Person ist ein Ghostwriter. Diese Person habe ich jetzt noch nicht offiziell angestellt beziehungsweise habe sie bisher noch nicht bezahlt. Das ist eine Person, die ich hier in Berlin, sag ich jetzt mal, kennengelernt habe, die mich angeschrieben hatte und der ich im Echtzeit sehr vertraue. Und mit dieser Person habe ich, wie gesagt, einiges vor. Im Bereich Kindle-Ghostwriting, nämlich zum einen wird diese Person höchstwahrscheinlich für mich Bücher schreiben, aber auch für meine Klienten. Und wie gesagt, diese Person ist derzeit noch so im Prozess, sag ich jetzt mal, reinzukommen. Das heißt, ich habe sie bisher noch für keine Projekte bezahlt, aber das ist eine Person, mit der ich wirklich plane, im Long-Term zusammenzuarbeiten. Und dann der fünfte Punkt, und das sind dann insgesamt vier Personen. Das sind halt Leute, die für mich die Übersetzung von Kursen beziehungsweise Kindle-Büchern derzeit vornehmen. Im Kindle-Bereich hatte ich immer schon eigentlich eine Person, die für mich einige Übersetzungen vornahm. Jetzt möchte ich das Ganze viel, viel größer aufbauen und da auf jeden Fall auch nochmal einiges mehr an Übersetzern praktisch anstellen, dass wir da wirklich 10, 20 Übersetzer haben, die durchgehend für mich beispielsweise YouTube-Videos übersetzen, die für mich Bücher übersetzen, die für mich Kurse übersetzen und so weiter und so fort. Ist natürlich aber auch immer so eine Kostenfrage. Ich muss sehen, dass sich das Ganze lohnt. Bisher, wie es aussieht, lohnt es sich definitiv und genau deswegen habe ich auch natürlich vor, das Ganze nochmal um einiges größer zu skalieren, sodass ich hoffentlich in der Zukunft da 10, 20, 30 Übersetzer habe, die durchgehend für mich arbeiten, meine Produkte übersetzen, diese halt an mich zurückschicken. Ich lade sie halt hoch und verdiene dann mit diesen unterschiedlichen Produkten nochmal Geld, sei es nun Udemy-Kurse, sei es nun Kindle-Bücher. Genau, das sind wie gesagt die VAs, die Virtual Assistants, die, sag ich jetzt mal, Freelancer, die ich derzeit für mich arbeiten habe. Ich plane noch, um ehrlich zu sein, weitere einzustellen, weil ich noch viele, viele offene Positionen habe. Übrigens, alle von diesen Virtual Assistants, außer jetzt die fünfte Person praktisch, oder der fünfte Punkt, die vier Personen, machen mir bereits Geld. Der Ghost Rider natürlich in Punkt 4 auch ausgeschlossen, weil die Person nicht richtig angestellt ist, aber die ersten drei machen mir durchgehend derzeit Geld. Der Ghost Rider wird mir auch mit ganz, ganz hoher Sicherheit sehr gutes Geld machen und der fünfte Punkt, wie gesagt, da gehe ich mal davon aus, dass es auch sehr, sehr viel Geld mir bringen wird. Aber wie genau findet man einen guten Freelancer? Ich zum Beispiel habe einige von meinen Freelancern hier über die Plattform Upwork gefunden. Nehmen wir beispielsweise mal an, ich möchte jetzt einen Translator haben. Dann gebe ich jetzt hier einen Translator und dann sollte man hinterher noch die Sprachen eingeben, sage ich jetzt mal, sagen wir mal Spanish. Das heißt, ich möchte einen Translator haben, der höchstwahrscheinlich von Englisch auf Spanisch übersetzt und jetzt gebe ich hier einfach mal, wie gesagt, das ein, gehe auf Suchen und dann sehen wir hier alle möglichen Übersetzer, die halt für eine bestimmte Summe arbeiten. Zum Beispiel 70 Dollar, 30 Dollar, 30 Dollar, 13 Dollar, 10 Dollar und so weiter und so fort. Für mich persönlich, muss ich ehrlich zugeben, ist es immer sehr wichtig, dass ich möglichst, natürlich möglichst wenig dafür bezahle. Ich gebe es ehrlich zu, ich gehe hier meistens einfach auf 10 Dollar oder weniger. Das heißt, ich suche nach Leuten, die halt wirklich für sehr, sehr wenig Geld arbeiten und ich brauche natürlich Leute, die von Englisch nach Spanisch beispielsweise besetzen können und da habe ich hier einige Leute, die, wie gesagt, diese ganzen Dinge hier für mich tun könnten und was ich dann natürlich mache, ist, ich klicke einfach mal auf diese Person drauf und schaue mir an, wie erfolgreich beziehungsweise wie erfahren diese Leute bisher sind. Zum Beispiel hier haben wir eine Person aus Venezuela, die über 1000 Euro schon verdient hat, die eine 100% Job Success Rate hat, für gerade mal 6 Dollar die Stunde arbeitet und die auch sich spezialisiert hat auf Übersetzung. Das wäre zum Beispiel perfekt. Klicken wir mal da drauf und schauen wir uns mal an, was die alles kann. Nehme ich hier, Das Schöne, was ich immer, oder das Wichtige, was ich immer mir anschaue, ist folgendes, nämlich für mich ist einfach wichtig, dass diese Personen auch gut Englisch sprechen können. Nämlich nehmen wir beispielsweise mal an, dieser Text hier wäre voller Fehler, dann würde ich natürlich diese Person nie anstellen. Also das ist schon mal das Erste. Ich schaue mir an, wie gut ist diese Person tatsächlich, kann diese Person zumindestens so gut wie perfektes Englisch. Weil wenn diese Person sich tatsächlich brandet als eine Person, die Englisch-Spanisch-Übersetzer ist, dann will ich natürlich auch, dass diese Person gut Englisch und gut Spanisch kann. Genau. Dann das Nächste ist, ich schreibe einfach mal diese Person an. Ich kann, wie gesagt, sie hier jede Zeit kontaktieren und sage, du, Maria jetzt in diesem Falle, ich würde gerne mit dir zusammenarbeiten. Ich suche einen Übersetzer für meine Online-Kurse oder für meine Kindle-Bücher oder was auch immer. Da muss, also ich bin immer ganz gerne spezifisch, dass ich sage, okay, ich brauche jemanden, der für mich meine Kindle-Bücher übersetzt und dieser Person schreibe ich dann, wie gesagt, eine Nachricht. Wenn diese Person mir dann eine Antwort zurückgibt, dann gebe ich auch meist das erste Angebot raus, dass ich sage, du, ich habe da jetzt so ein Buch, sagen wir mal 10.000 Wörter und ich würde dafür die Summe x zahlen. Für mich ist dann vorher vielleicht mal kurz, um das nochmal anzusprechen, wichtig, dass ich einfach nochmal ein paar Samples von dieser Person bekomme, dass ich sehe, dass diese Person tatsächlich gut übersetzen kann. Du kannst natürlich auch die Samples von einer anderen Person checken lassen, die beispielsweise sehr gut Spanisch kann, der du vertraust, damit du halt dir ganz sicher sein kannst. Bloß, ich würde zu alle erstmal darauf schauen, wie viel Geld nimmt diese Person pro Stunde. Dann würde ich mir anschauen, ob die Person tatsächlich auch das kann, was sie vorgibt zu können und zum Beispiel hier, diese Person scheint sehr, sehr gut das Englisch sprechen zu können und ich gehe mal davon aus, dass diese Person auch höchstwahrscheinlich sehr gut Spanisch spricht, weil ich meine, sie kommt, wie gesagt, aus Venezuela. Dann, wie gesagt, lass dir Samples geben von den unterschiedlichen Übersetzungen, die die Person vielleicht bereits angeffertigt hat und, und das ist der nächste Schritt, der Person klar machen, dass du wirklich mit der im Long Term Zusammenarbeit möchtest, du würdest sie zum Beispiel auch für eine halbe Stunde Skype Call bezahlen. Das wäre jetzt in diesem Fall, wenn sie tatsächlich nur 6 Dollar nimmt, gerade mal 3 Dollar für eine halbe Stunde Skype Call und da würde ich mit der Person einfach mal kurz mich über Skype unterhalten, würde probieren, das Ganze ein bisschen auszuknobeln, würde sie fragen, wie viel Zeit hast du tatsächlich, wie viele Stunden kannst du jede Woche für mich arbeiten und wenn dann diese Person sagt, du, ich habe 10, 20, 30 Stunden für dich, perfekt, dann, wie gesagt, soll ich eine Person könnte man, beziehungsweise sollte man anstellen. Wenn es jetzt um kleinere Aufgaben geht, wie sage ich jetzt mal einen kleinen Artikel oder irgendwas übersetzen, dann natürlich würde ich dir eher hier Fiverr empfehlen. Fiverr ist meist bei kleineren Aufträgen günstiger als Upwork, aber bei Upwork hast du natürlich auch viele Leute, die dann halt für sehr, sehr günstiges Geld arbeiten und auch sehr, sehr viele Stunden dann höchstwahrscheinlich für dich arbeiten werden und gerade wenn es dann größere Projekte sind und eine Person nimmt nur 6 Dollar oder so die Stunde, dann lohnt sich das Ganze definitiv. Vielleicht nochmal hier hinsichtlich der Einstellung, was sollte man hier vor allen Dingen eingeben, also ich persönlich, weil ich gute Erfahrungen mit Leuten für unter 10 Dollar gemacht habe, ich gebe mal ein, weniger als 10 Dollar, gerade wenn es halt Übersetzer sind, weil viele Übersetzer auf dem freien Markt jetzt nicht so viele Aufträge finden und dementsprechend auch für relativ günstiges Geld arbeiten, genau, 10 Dollar und weniger, dann, was für mich vor allen Dingen wichtig ist, ist, dass diese Person vielleicht schon ein bisschen Geld verdient hat, nämlich da könnte man hier zum Beispiel eingeben, dass diese Person mindestens schon 1000 Dollar gemacht haben sollte und dann natürlich die Job Success Rate, dass die mindestens bei 90 Prozent liegt und du könntest dir zum Beispiel auch sagen, okay, ich will, dass eine Person mindestens schon 100 Stunden gearbeitet hat und so weiter und so fort. Aber für mich persönlich ist es einfach nur wichtig, diese weniger als 10 Dollar zu haben und dass diese Person vielleicht schon ein bisschen Geld verdient hat, das heißt, dass ich wirklich mir sicher gehen kann, dass die Person auch schon Erfahrung hat mit dem, was sie tut und dass sie vielleicht auch ein hohes ja, ein hohes Rating hat. Alles andere finde ich persönlich relativ irrelevant und hier seht ihr auch schon, da gibt es wie gesagt einige Leute, die für günstiges Geld arbeiten, zum Beispiel hier, diese Person finde ich auch, finde ich sehr interessant im Sinne von, dass diese Person hier schon, also wie gesagt, einiges gearbeitet hat, 3000 Euro schon verdient oder 3000 Dollar schon verdient oder mehr als das, dann 100 Prozent Job Success Rate, hat auch ein nettes Foto von sich drin, zum Beispiel, wenn ich mir jetzt die Person angucke und die kommt mir einfach wenig vertrauensvoll vor, ich weiß, das jetzt ein bisschen dämlich an, aber ich glaube, die meisten von euch werden unterbewusst auch ganz genauso handeln. Wenn ihr jetzt hier dieses Foto seht, ich finde zum Beispiel, diese Person wirkt sehr vertrauensvoll, wirkt sehr nett, wirkt sehr höflich und ich schaue mir das jetzt gerade an, okay, hat in Italien gelebt, kennt sich anscheinend, ist nach Spanien gezogen, hat tatsächlich einen alten, sag ich jetzt mal, Abschluss in IT Engineering, kann Englisch C1, was auch super ist, hat hier sogar nochmal angeben, wie gut die Person Spanisch kann und so weiter und so fort, also diese Person hier wäre vielleicht, ja, vielleicht ganz interessant für Italienisch, weil sie halt C2 Level Italienisch hat, es gibt ja nämlich A1 bis C2 praktisch, also C2 wäre hier das höchste, Spanisch jetzt vielleicht nicht, weil sie halt nur B1 Level Plus hat, das würde jetzt nicht so interessant sein, aber zum Beispiel für Italienisch wäre das hier definitiv eine Person, die ich mir anschauen würde, wo ich sage, okay, die macht auch Sinn, für mich zu arbeiten oder es macht Sinn, diese Person anzustellen. Wir sehen auch hier übrigens wieder, diese Person arbeitet gerade mal für 9 Dollar die Stunde, was halt super ist und wir können auch hier übrigens sehen, wie hoch tatsächlich der Betrag war, den Firmen gezahlt haben, und man kann diese Person anscheinend auch runterhandeln, nämlich auf 7,50 Dollar die Stunde, 8,50 Dollar die Stunde, 8 Dollar und hier haben wir sogar 4,50 Dollar die Stunde. Wenn ich so etwas sehe, dann ist das natürlich auch für mich wieder interessant, weil ich sagen kann, gut, diese Person nimmt auch 4,50 Dollar die Stunde, vielleicht versuche ich die Person hier ein bisschen runterzuhandeln, auf, sagen wir mal, nicht 9 Dollar, sondern vielleicht 7 Dollar oder so. Ich möchte jetzt nicht irgendwie hier zu geizig klingen, aber wichtig ist einfach, dass wenn du praktisch so etwas machen lässt und gerade viele Übersetzungen machen lässt, dass du darauf achtest, dass du wirklich einen Gewinn machst. Nämlich nehmen wir beispielsweise mal an, du zahlst der Person 9 Dollar, aber du würdest einen Gewinn machen, wenn du der Person, sagen wir mal, nur 8 Dollar zahlen würdest und würdest einen Verlust machen, wenn du 9 Dollar zahlst, dann sind das halt einfach so kleine, ja, kleine Beträge, die halt doch im Longterm ordentlich was ausmachen können, gerade wenn die Person vielleicht ein paar hundert Stunden im Monat, im Jahr, im Quartal für dich arbeitet. Genau, so wie gesagt, gehe ich hier an die ganze Sache ran. Übrigens, ich habe ja einen Virtual Assistant hier in Berlin, das ist nicht unbedingt ein Virtual Assistant, sondern eher halt einfach ein Ghostwriter und wie ich den bekommen hatte, war einfach über einen Facebook Post. Ich habe einen Facebook Post rausgehauen und hatte gesagt, Leute, ich suche nach einem Ghostwriter in Deutschland, da haben sich einige Leute gemeldet und ich habe dann, wie gesagt, diesen Leuten zurückgeschrieben und eine Person, die mich da sehr überzeugt hat, die mir sofort ein Sample geschickt hat und die grundsätzlich sehr vertrauenswürdig wirkte, diese Person habe ich dann in die engere Auswahl genommen und ist eigentlich der Ghostwriter, wo ich im Echtsein sehr, sehr glücklich mit bin, weil die Texte, die er geschrieben hat, sind toll. Er ist, wie gesagt, eine nette Person. Ich habe mich schon mit ihm über Skype unterhalten und gehe mal davon aus, dass er auch, wie gesagt, viele tolle Bücher schreiben wird und das auch für meine Klienten tun wird. Aber wie auch immer. So, wie gesagt, gehe ich an die ganze Sache ran. Wie geht ihr an die ganze Sache ran? Würde mich freuen, mal eure Insights diesbezüglich zu hören. Wenn ihr euch mit mir ein persönliches Coaching buchen möchtet, dann geht doch gerne in die Videobeschreibung. Dort befindet sich ein Link zu meinem Coaching-Programm. Ich danke euch vielmals für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können.